Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wer die Bibel dabei hat, ist es herzlich eingeladen, mit mir mitzulesen. 1. Korinther 3, Abvers 9. 1. Korinther 3, Abvers 9 bis 17. Da steht, Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Wirk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Vor zwei Wochen über die Verse 5 bis 9 gepredigt. Damals mit dem Schwerpunkt, Gott schenkt Wachstum. Er tut es. Und heute von Vers 9 bis 17 kommt der zweite Aspekt dazu. Unsere Arbeit ist bedeutend. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir bauen. Vor zwei Wochen war das Bild, wir sind Gottes Ackerfeld. Und heute geht es nun um, wir sind Gottes Bau. Da schreibt Paulus in Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Paulus sagt, wisst ihr denn nicht? Das sagt Paulus ab und zu. Das ist eine rhetorische Form für, ihr wisst doch eigentlich das. Ja, ihr wisst doch eigentlich, dass ihr Gottes Tempel seid. Es geht hier um die Ortsgemeinde. Ihr als Ortsgemeinde in Korinth, ihr seid Gottes Tempel. Es geht hier meines Erachtens nicht um die Universalgemeinde. Denn die Universalgemeinde kann man nicht verderben nach Matthäus 16, Vers 18. Die kann nicht zerstört werden. Aber hier geht es um die Ortsgemeinde. Und da sagt Paulus, ihr als Gemeinde in Korinth, ihr seid Gottes Tempel. Ihr seid heilig. Gottes Geist wohnt in euch. Ich meine, das sagt Gott auch uns. Ihr seid Gottes Tempel. Gottes Geist wohnt in euch. Ihr seid heilig. Vielleicht erstaunt uns das, wenn wir das so hören, wenn ich heute eine Umfrage machen würde, so in unserer Gesellschaft. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das Wort Kirche hörst? Oder Gemeinde. Woran denkst du? Die meisten verknüpfen doch Kirche, Gemeinde mit leeren Kirchenbänken, mit altehrwürdigen Gebäuden, mit Langeweile, mit einer Institution, vielleicht sogar mit Machtausübung, Machtmissbrauch. Die meisten Menschen, wenn sie heute an Gemeinde oder Kirche denken, haben sie ein negatives Bild vor Augen. Ich frage euch eine andere Frage. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Lasagne hört? Lasagne. Vielleicht geht es euch wie euch, wie mir. Ich liebe Lasagne. Ah. Jetzt habe ich gerade Hunger. Das hatte ich vor zwei Stunden schon, aber wenn man nichts isst, dazwischen. Ah, Lasagne so. Diese Pasta-Blätter. Parmesan. Bechamel-Sauce. Bolognese-Sauce. Ah. An welches Fleisch denkt ihr bei Lasagne? Im Originalrezept der Lasagne heisst es Rindfleisch. Lasagne wird aus Rindfleisch gemacht. Aber vor sechs Jahren gab es da so einen Skandal, den Pferdefleisch-Skandal. Und das damals und vielleicht auch noch heute denken viele Menschen, wenn sie das Wort Lasagne hören, an Pferdefleisch. Die Lasagne, dieses wunderbare Gericht, hat so gelitten. Und in diesem Skandal. Es wurden viele Witze gemacht, so Kinder kommen zum Tisch, das Essen ist fertig und so. Oder in den sozialen Medien gab es so verschiedene Bilder. Wie zum Beispiel das hier. Die wunderbare Lasagne hat so gelitten. Weil einzelne Menschen nicht der Idee entsprochen haben, die der Erfinder hatte. Der Erfinder der Lasagne dachte an Rindfleisch. Und Menschen haben diese Idee pervertiert. Und ich glaube, so geht es auch mit der Gemeinde. Ich glaube, so geht es auch mit der Gemeinde. Der Erfinder der Gemeinde hatte eine wunderbare Idee. Was haben wir Menschen daraus gemacht? Was haben wir aus dieser wunderbaren Idee gemacht? Dass heute Menschen, wenn sie an die Gemeinde denken, so negativ darüber denken. Das entspricht nicht der Idee des Erfinders. Gott ist der Erfinder der Gemeinde. Und für Gott ist die Gemeinde das Schönste, was es überhaupt gibt. Gott liebt nichts mehr als die Gemeinde. Jemand hat es mal so gesagt. Ausserhalb seiner selbst liebt Gott nichts so sehr wie die Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich will bauen die Gemeinde. Und das ist sein heutiger Auftrag. Es ist Gottes höchste Priorität, dass Gemeinde gebaut wird. Gott sehnt sich danach, dass Menschen zur Gemeinde hinzukommen. Gott sehnt sich danach, dass Gemeinde wachsen darf. In allen Dimensionen, in die Tiefe, in die Höhe, in die Breite. Gott wünscht sich, dass es der Gemeinde gut geht. Was ist die Gemeinde für dich? Welchen Stellenwert hat Gemeinde in deinem Leben? Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Weil Jesus in der Gemeinde wohnt. Weil der Heilige Geist in der Gemeinde wohnt. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wofür stand der Tempel? Im Alten Testament. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Im Alten Testament stand auch der Tempel für den Ort, wo Menschen Gott begegnen konnten. Es war der Ort, wo Menschen hingingen, um Gott anzubeten. Es war der Ort, wo Menschen Opfer brachten und Sündenvergebung erlangen konnten. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Ich glaube, in jedem Mensch drin ist wie so eine Sehnsucht nach Eden. Wir sehnen uns zurück nach Eden, ins Paradies. Und diese Sehnsucht, die merken wir als Menschen mal mehr, mal weniger. Es gibt so die Hochzeiten des Lebens. Da hat man das Gefühl, es ist schon Himmel auf Erden. Paradies. Da sehnt man sich nicht so sehr nach Eden. Und dann gibt es in jedem Leben auch so Tiefzeiten, wo es schwierig ist. Dann sehnen wir uns zurück, diese harmonische Beziehung mit Gott. Zurück ins Paradies, zurück nach Eden. Und viele Menschen sehnen sich so sehr danach. Die Religionen sind ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Zurück nach Eden. Auch die Öko-Religionen. Ausdruck davon, wir wollen das Paradies auf dieser Erde wieder erschaffen. Aber wir wissen, es geht nicht. Es gibt keinen Weg nach Eden. Außer dem einen Weg, den Gott geschaffen hat, der sich einen Weg gebahnt hat zu uns. Und Gott wurde Mensch. Und Jesus lebte sündlos und starb dann schuldlos am Kreuz von Golgatha. Er hat die Sündenvergebung ermöglicht. Neues Leben. Wenn ein Mensch seine Sünden bekennt und Jesus ihm Glauben als Herrn annimmt, dann bekommt er neues Leben. Dazu ist die Gemeinde da. Diese Botschaft zu verkündigen. Diese Botschaft zu verkörpern. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, weil die Gemeinde auf der Grundlage von Jesus gebaut wird. Und Jesus ist die Hoffnung der Welt. Lese weiter, Vers 10. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt. Als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Ich möchte mit euch kurz diesen Vers ein bisschen genauer anschauen. Hier sagt Paulus, ich habe den Grund gelegt. Hier steht ein Wort im Griechischen, Temelion, von Temelios. Und dieses Wort erscheint dreimal, Vers 10, Vers 11, Vers 12. Paulus sagt, ich habe den Grund gelegt. Man könnte auch übersetzen, die Grundlage oder den Grundstein habe ich gelegt. Und dieser Grundstein ist Jesus. Und dann Vers 12. Und auf diesen Grundstein bauen wir jetzt auf. Paulus nennt sich selbst einen weisen Baumeister. Hier steht wörtlich Architekton. Also ihr könnt alle Griechisch, oder? Architekt. Weiser Architekt, sagt Paulus, bin ich. Aber er baut nicht auf sich selbst. Ein Architekt baut ja nicht auf sich. Er baut auf Jesus. Und dann heisst es, Ep oikodomei, viermal. Auf etwas Bestehendem aufbauen. Also, ich habe den Grundstein gelegt und jetzt kommen andere. Und die bauen auf diesem Bestehenden auf. Wir bauen nicht auf uns selbst. Wir bauen auf Jesus. Viermal steht dieser Begriff. Zweimal Vers 10, einmal Vers 12, einmal Vers 14. Jesus baut die Gemeinde auf. Matthäus 16, Vers 18 heisst es, Ich will bauen die Gemeinde. Und jetzt sehen wir hier, wie Jesus das macht. Und er macht es durch uns. Wir sind seine Werkzeuge. Aber wir sind nicht passive Werkzeuge. Also, ich nehme nicht so oft Werkzeuge in die Finger. Hammer und so. Gestern hatte ich mal wieder ein Sackmesser. Viele Bogen schnitzen. Ich habe gemerkt, das ist ein richtig passives Werkzeug. Das macht nur, was ich will. Also ja. Sehr passiv. Aber wir, wir sind nicht passive Werkzeuge. Wir tun nicht immer das, was Jesus will, der uns in seiner Hand hält. Wir sind aktive Werkzeuge. Wenn Gott uns braucht, dann gebraucht er uns nie gegen unseren Willen. Er möchte uns gebrauchen, ob wir wollen oder nicht. Aber er gebraucht uns nicht gegen unseren Willen. Es liegt an uns zu sagen, Herr, gebrauche mich. Hier bin ich. Gebrauche mich ganz. Wir sehen also hier, die Gemeinde, die gebaut wird, ist eine Baustelle. Ist ein Bauprojekt. Und das heisst, die Gemeinde ist auch noch nicht fertig. Sie ist noch eine Baustelle. Jetzt denke ich so an Epheser 5, 25 und folgende. Was heisst, die Gemeinde ist ohne Runzeln. Ohne Fehler. Heilig. Tadellos. So sieht Jesus seine Gemeinde. Und dann schaue ich die Gemeinde an. Dann sehe ich oftmals auch Runzeln. Also jetzt nicht wörtlich verstehen. Aber so Unperfektes, Unfertiges. Und einmal mehr merken wir, es gibt einen Unterschied zwischen Stand und Zustand. Wenn Gott uns anschaut, sieht er uns als heilig, tadellos, gerecht an. Aber unser Zustand ist oft noch nicht so. Und jetzt baut Jesus seine Gemeinde, damit aus dem Zustand immer mehr das wird, was er schon sieht. Und Gott braucht Bauleute, die das, was er sich vorgestellt hat, Realität werden lassen. Das heisst aber, dass die Gemeinde noch nicht so ist, wie sie einmal sein wird. Es ist noch eine Baustelle. Und deshalb suchen wir auch vergeblich nach der perfekten Gemeinde. Es gibt sie nicht. Die Gemeinde ist noch eine Baustelle. Die Gemeinde, die meinen Wünschen, meinen Vorstellungen, meinen Ideen entspricht, gibt es nicht. Wenn ich die perfekte Gemeinde suche, werde ich suchen und suchen und suchen und suchen und suchen und nie finden. Gemeinde ist eine Baustelle. Die Gemeinde ist eine Baustelle. Sie ist kein Ort, wo ich hinkommen kann und es mir einfach gemütlich machen kann. Ich weiss nicht, wer schon mal auf einer Baustelle war. Und dort geht es laut zu und her. Dort ist staubig. Dort ist noch vieles unfertig. Noch nicht perfekt, nicht gemütlich. Gemeinde ist eine Baustelle. Sie ist kein Restaurant. Ich hingehen kann und mich bedienen lassen kann. Gemeinde ist eine Baustelle und sie ist kein Kino. Wo ich hingehe, konsumiere und am Schluss bewerte, ob mir der Film gefallen hat oder nicht. Gemeinde ist eine Baustelle. Sie ist noch am Werden. Und jetzt hat Jesus, wenn er an die Gemeinde denkt, einen wunderbaren Tempel vor Augen. Weiss nicht, was du vor Augen hast, wenn du an die Gemeinde denkst? Bestimmt kennt ihr so die Geschichte mit dem Passanten, der da drei Bauleute fragt, was machst du da? Er ist unterwegs und sieht ein paar so Steine hauen und fragt den ersten Steinmetz, was tust du da? Und der erste sagt, ganz mürisch, räumt die Steine weg und sagt, ich haue Steine, das siehst du doch. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt. Und er haut weiter. Dann geht der Passant weiter und fragt den nächsten, was tust du da? Der zweite schaut ihn ganz wichtig an und sagt, ich baue ein Spitzbogenfenster. Dann geht der Passant weiter und fragt den dritten, was tust du da? Und der dritte bekommt glänzende Augen und sagt, ich baue eine Kathedrale. Was siehst du, wenn du die Gemeinde baust? Wenn wir nur einfach Steine hauen, dann sehen wir nur das Unfertige. Wenn wir das große Bild aus den Augen verlieren, dann sehen wir den Lärm, dann stören wir uns am Staub, stören wir uns an dem, was noch nicht fertig ist. Alle drei tun das Gleiche. Aber die Motivation ist eine andere. Liebe, ich hüte die Leute, wenn ihr die Kinder hütet, zwei Stock tiefer. Macht ihr das dann einfach, damit die Eltern da oben einen schönen Gottesdienst ruhig verbringen können? Oder baut ihr Gottes Tempel, wenn ihr Kinder hütet? All diejenigen, die sich da im Gastro-Bereich einsetzen, sorgt ihr euch einfach um unsere Mägen? Also ich bin ja unglaublich dankbar dafür. Oder baut ihr Gottes Tempel mit dem Gastro? Oder diejenigen, die sich da in der Jungschar investieren, ist es euer grösstes Ziel, alle zwei Wochen ein möglichst cooles Programm für möglichst viele Kinder anzubieten? Oder baut ihr Gottes Tempel? Wenn die Bauarbeiter vergessen, um was es wirklich geht, sehen sie nur noch den Staub, stören sich am Lärm und finden es mühsam, dass es noch nicht fertig ist. Ich träume von einer Gemeinde. Ich träume von einer Gemeinde, die so wie ein Gebetshaus ist. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, um zu beten. Wo da gebetet wird und dort wird gebetet. Es wird gebetet füreinander und miteinander und alleine. Gebetshaus. Ich träume von einer Gemeinde, die wie ein Krankenhaus ist. Wo Menschen, die krank und verwundet sind, Heilung, Heil erfahren können. Aufgerichtet werden. Gesund werden. Meine Gemeinde sollte mehr sein als ein Krankenhaus. Sonst wäre es ja schade, wenn man gesund ist, geht man dann wieder. Eine Gemeinde, da können Menschen stark werden. Ich träume von einer Gemeinde, die ein Geburtshaus ist. Wo immer wieder Menschen geistlich geboren werden. Ich träume von einer Gemeinde, die ein Mehrgenerationenhaus ist. Wo Babys, Kinder, Teenager, Jugendliche, Erwachsene, Senioren ihren Platz haben. Wohl sind, aufeinander Rücksicht nehmen, miteinander unterwegs sind. Ich träume von einer Gemeinde, die ein Ausbildungshaus ist. Wo wir ausgerüstet werden. Geistlich wachsen. Wo wir zusammen zunehmen. In der Liebe. In der Heiligung. In der gesunden Lehre. Das ist mein Traum. Und manchmal sehe ich diesen Traum ein bisschen verwirklicht. Gestern Nachmittag erhielt ich einen Anruf, dass Ernst hofft, dass es ihm gar nicht mehr gut geht. Im Spital ist. Und wir waren da gerade an der Delegiertenkonferenz in Rapperswil. Hab gedacht, super, das passt gerade. Ich geh gerade direkt bei ihm vorbei. Manu und ich, sie standen so vor dem Zimmer. Da haben wir geklopft. Und dann kamen wir rein. Und dann sahen wir, am Bett standen Fritz Brunner und auch Raul und Silvia. Ich kann euch sagen, es hat mich so bewegt. Innerhalb einer guten Stunde sind schon drei Gemeindeglieder da. Davon träume ich. Dass Liebe sichtbar wird. Aber ich weiss auch, dass Gemeinde noch unfertig ist. Und manchmal kommen Menschen zu mir und die sagen mir, was hier alles noch nicht so gut ist. So, Bauinspektoren sind das. Die haben sich darauf spezialisiert, was alles noch nicht fertig ist. Ja, Bauinspektoren sind Profis darin, die müssen die Mängel sehen. Dann sagen sie mir, was alles nicht gut ist. Dann denke ich mir oft, oh, ich könnte noch viel mehr sagen. Und jetzt sage ich euch etwas ganz ehrliches. Dann bin ich so versucht in diesem Moment, mit einzustimmen in die Kritik. Denn ich sehe noch so viel mehr, was hier noch nicht in Ordnung ist. Was ich mir anders wünschte. Das ist eine große Versuchung, dann mitzulästern über das, was noch nicht gut ist. Und dann sage ich mir immer wieder, Jesus, du liebst diese Gemeinde. Du bist für diese Gemeinde gestorben, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte. Weil du liebst mich, wie ich bin, nicht wie ich sein sollte. Und deshalb will ich die Gemeinde auch von ganzem Herzen lieben. Wie sie ist, nicht wie sie sein sollte. Klar, ich habe das große Bild vor Augen, dieser wunderbare Tempel. Aber ich liebe die Gemeinde, wie sie ist. Weil Jesus, der das große Bild vor Augen hat, die Gemeinde auch liebt, wie sie jetzt gerade ist. Und jetzt wissen wir ja alle, dass die Gemeinde noch nicht perfekt ist. Wir haben überlegt, warum ist denn Gemeinde noch nicht perfekt? Und ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden, warum die Gemeinde noch nicht perfekt ist. Ich glaube, Jesus hat einen Fehler gemacht. Also, versteht mich jetzt nicht wörtlich, sondern rhetorisch. Aber ich glaube, Jesus hat wie einen Fehler gemacht. Als er zu Petrus sagte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich glaube, das war ein Fehler. Natürlich nicht. Aber es erklärt uns, warum die Gemeinde nicht perfekt ist. War Petrus perfekt? War er besonders begabt? War er besonders in seiner Leitungsfähigkeit? War Petrus besonders? Nein, Petrus war nicht besonders perfekt, nicht besonders begabt, nicht besonders treu. Petrus war ein Versager. Ein Verräter. Ein einfacher Mann. Und dann kommt Jesus zu ihm und fragt ihn, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich glaube, diese Frage stellt Jesus jedem von uns. Hast du mich lieb? Und Petrus sagt, du weisst, dass ich dich lieb habe. Dann sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Bau die Gemeinde. Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Dann bau die Gemeinde. Jesus baut Gemeinde mit Menschen, die Jesus lieb haben, nicht perfekt sind. Dann denken wir manchmal, ja, Petrus, dann kam Pfingsten. Der Heilige Geist, so und jetzt war er perfekt, oder? Nein. Paulus muss den noch zurechtweisen. Lest mal Galaterbrief. Petrus war immer noch nicht perfekt. Und jetzt muss ich euch sagen, ich bin, ich weiss nicht, wie ich mich gegenüber Petrus einstufen soll, aber bestimmt nicht besser als er. Und ich glaube, ich sehe hier niemand, der sagen könnte, also ich bin begabter als Petrus, treuer als Petrus, zuverlässiger als Petrus, perfekter. Nein, Gott baut die Gemeinde mit uns Menschen, die wir fehlerhaft sind, die wir nicht perfekt sind. Lese weiter Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Mir persönlich so wichtig, dieser Vers, möcht mein Leben bauen auf der Grundlage von Jesus. Als wir geheiratet haben, war das unser Trauvers. Das bedeutet mir besonders viel, über diesen Predigen zu dürfen. Das ist so mein Anliegen für unser Leben, für unsere Ehe, für unsere Familie. Aber jetzt geht es hier nicht um uns persönlich, sondern um die Gemeinde. Die Gemeinde baut auf Jesus. Er ist der Grundstein. Er ist das Fundament. Wer schon einmal ein Haus gebaut hat, weiß, wenn das Fundament nicht gut ist, kann man darauf bauen, was man will. Es stürzt wieder zusammen. Das Fundament der Gemeinde ist Jesus. Eine Gemeinde, die nicht auf Jesus baut, wird vergehen. Sie wird zerstört werden. Und jetzt geht es um die lokale Gemeinde. Die Universalgemeinde wird nie zerstört werden, weil die baut immer auf Jesus. Können die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Aber die lokalen Gemeinden, die können untergehen. Sonst überlegt euch mal, Offenbarung 2, 3, die sieben Gemeinden, an die Jesus schreibt. Wie viele von denen gibt es heute noch? Könnt euch mal die Frage mitnehmen. Lokale Gemeinden können vergehen, wenn sie nicht mehr auf Jesus bauen. Was meint jetzt das, auf Jesus bauen? Das meint auf seinem Erlösungswerk, auf seinem Sterben, seiner Auferstehung, kurz auf dem Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Wir dürfen auf keinem anderen Evangelium die Gemeinde bauen. Aber damit ist auch gemeint, dass wir auf dem Wort Gottes bauen. Denn Jesus und das Wort Gottes ist immer unzertrennbar. So bauen wir Gemeinde auf diesem Wort. Und ich glaube, wenn Gemeinden aufhören, auf diesem Wort zu bauen, werden sie vergehen. Und jetzt bauen wir auf dieser Grundlage weiter. Vers 12 steht da, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heus, Stroh. Wie oder was baust du? Das ist die Frage hier. Gold, Silber, Edelsteine sind unvergängliche Materialien. Stehen für das Bestehende in der Bibel. Ich habe mir auch überlegt, das sind Materialien, die man gar nicht erschaffen kann. Die kann man nur finden. Das ist so bedeutend. Und dann gibt es Holz, Heus, Stroh. Das ist das Vergängliche, Natürliche, das man da wachsen lassen kann. Und wenn das Feuer kommt, dann verbrennt es. Vers 13 steht dann, dass Jesus wiederkommt und dann ist so wie die Bauabnahme. Und dann wird Jesus da jeden von uns fragen oder so mit uns besprechen, haben wir gut gebaut? Haben wir mit Gold, Silber, Edelsteinen gebaut? Oder haben wir Holz, Stroh und Heu gebaut? Und dann heisst es, Vers 14, wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Die Qualität ist dann entscheidend. Wir können so viel Heu bauen, wie wir wollen. Es wird alles verbrennen. Die Quantität ist nicht so entscheidend wie die Qualität. Was bauen wir? Was bauen wir? Und jetzt heisst es hier, er wird Lohn empfangen. Ich habe mir da überlegt, was ist denn der Lohn? Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon gestellt. Was ist der Lohn? Manche sagen, der Lohn bedeutet, dass man dann in der Ewigkeit näher bei Jesus leben darf. So ähnlich des Zebedeus und so mit ihrer Frage. Andere sagen, man darf dann über mehr Städte regieren. Andere sagen, man hat dann mehr Dienstmöglichkeiten und höhere Verantwortung. Was auch immer. Wenn ihr noch eine weitere Idee habt, sagt es mir. Dann kann ich noch 4, 5, 6 in meine Liste aufnehmen. Also ich muss sagen, ich weiss es nicht, worin der Lohn genau besteht. Ich weiss das nicht. Aber ich bin überzeugt, wenn Gott mich belohnt, einmal in Ewigkeit, dann lohnt sich das. Also da habe ich so den Eindruck, dass der Lohn lohnenswert sein wird, wenn Gott mich da belohnt. Und jetzt kommt Vers 15, vielleicht einer der schwierigsten Verse der Bibel. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Man könnte auch übersetzen, so wird er bestraft werden. Jetzt denken wir, hä? Wir als Gläubige können mal noch bestraft werden? Es geht hier nicht um das ewige Leben oder ewige Verdammnis. Das steht deutlich. Er selbst aber wird gerettet werden. Meine Rettung hängt nicht an meinen Wirken, sondern an seinen Wirken. Nicht mein Leben ist entscheidend, ob ich gerettet werde oder nicht, sondern sein Leben. Hier geht es ums Bauen. Weil Jesus so viel für mich getan hat, aus Liebe für ihn tue ich auch etwas. Aus Dankbarkeit. Und das, was Jesus durch mich bauen darf, wird er mir belohnen. Die Frage ist, baue ich mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heus, Stroh? Es ist noch schwierig, das auszulegen, was jetzt das meint. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, baue ich denn mit Holz oder baue ich mit Gold? Bevor wir uns jetzt da im Detail verlieren, ich glaube, es geht vor allem um eine Frage. Welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Baue ich das, was ich für Gott baue, mit Leidenschaft, mit Hingabe? Ich weiss, der heutige Predigtext ist sehr herausfordernd. Er macht uns deutlich, wie wir mit der Gemeinde umgehen, zeigt, wie wir mit Jesus selbst umgehen. Die Gemeinde ist Jesu Tempel. Wir können Jesus und Gemeinde nie trennen. Das zeigt uns die Bibel immer wieder. Die Gemeinde ist Jesu Leib. Die Gemeinde ist Jesu Braut. Die Gemeinde ist Jesu Tempel. Man kann Gemeinde und Jesus nie trennen. Wie wir mit der Gemeinde umgehen, so gehen wir letztlich mit Jesus um. Die Liebe zur Gemeinde zeigt uns die Liebe zu Jesus. Nun ist es gut möglich, so unter uns Menschen sind, die sind unglaublich enttäuscht worden von Gemeinden. Unglaublich enttäuscht. Ich sage es immer wieder. Ihr müsst nur genügend lange und genügend intensiv in eine Gemeinde gehen und ihr werdet enttäuscht werden. Immer. Immer. Ich kann euch auch sagen, von wem ihr enttäuscht werdet. Ihr werdet enttäuscht werden vom Pastor, von der Gemeindeleitung, von den Hauptleitern, von den Mitarbeitern, von dem rechts, dem links, dem hinter dir, dem vor dir. Du wirst enttäuscht werden von jedem in der Gemeinde. Immer wieder. Du wirst nicht enttäuscht werden, wenn du nur Ostern und Karfreitag die Gemeinde besuchst. Dann wirst du kaum enttäuscht werden. Aber wer intensiv dabei ist, wird enttäuscht werden. Von Gottes Bodenpersonal. Und jetzt habe ich erlebt, dass viele so enttäuscht worden sind von Gemeinden, dass sie gar keine Gemeinde mehr gehen. Sie schauen sich die Predigten im Internet an. Das ist ja super, da kann man sich den Lieblingsprediger auswählen, dann muss man nicht enttäuscht sein. Und man wird auch sonst nicht enttäuscht. Ich habe schon gehört, dass in Westeuropa die Internetgemeinde die grösst und schnellst wachsende Gemeinde ist. Vielleicht bist du aber auch enttäuscht von der Gemeinde, weil dir niemand oder dir nie die Wertschätzung entgegengebracht wurde, die du dir erhofft hast. Vielleicht haben sogar Einzelne verhindert, dass du mitbauen darfst, weil sie deine Gaben, deine Fähigkeiten nicht erkannt haben. Vielleicht bist du so enttäuscht, weil die Wertschätzung fehlt. Vergiss nicht, es ist die Baustelle von Jesus. Erwarte nicht von den Menschen, was Jesus dir alleine geben kann. Erwarte die Belohnung von Jesus, nicht von Menschen. Am Tag des Gerichts werden wir alle alleine vor Jesus stehen. Und wir werden dann nicht sagen können, aber der ist schuld, dass ich nicht mitgebaut habe. Ja, wer geht einmal mitbaut? Die sind schuld. Und jetzt wird sagen, es geht um dich. Wir können die Schuld nie abweisen. Auf andere übertragen. Vielleicht ist aber auch jemand hier, der ist müde geworden in dieser Baustelle. Und kann nämlich müde werden beim Arbeiten. Es kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht, weil man das große Bild aus den Augen verloren hat. Sich nun stört am Lärm, am Staub, am noch Unfertigen. Aber vielleicht ist jemand auch müde geworden, weil er immer nur gegeben hat. Und vergessen hat, dass das Sein in Jesus immer wichtiger ist, als das Tun für Jesus. Und wenn das der Fall ist, wenn jemand merkt, ich habe mich ausgepowert in der Gemeinde. Dann ermutige ich jetzt nicht, arbeitet ein bisschen mehr mit. Sag ich, kommt zurück zu Jesus. Er fragt dich, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und dann nimm dir Zeit mit Jesus, dass du Stärkung empfangen kannst. Und wenn du dann richtig gestärkt bist, dann ist es wieder zum Überfließen voll und er muss das wieder raus. Komm zurück zu Jesus. Die Gemeinde ist Gottes Baustelle. Wir sind seine Mitarbeiter. Und ich möchte euch mit einer Frage aus dieser Predigt entlassen. Das ist die Frage. Hast du den Bauvertrag schon unterschrieben? Oder bist du vielleicht noch Bauinspektor und noch gar nicht Bauarbeiter? Ich möchte hier euch den Bauvertrag einblenden. Den habe ich nicht selbst erfunden. Den habe ich auch in einer Predigt gehört. In diesem Bauvertrag sagen wir zu Jesus, Jesus, ich bin dabei und baue mit. Ich bin bereit, deine Gemeinde gemäss deinen Plänen mitzubauen. Ich bin bereit, die Herausforderungen der Baustelle anzugehen und nicht davon zu laufen, wenn es schwierig wird. Ich werde dranbleiben, bis der Bau fertig ist. Die Fähigkeiten und Talente, die du mir anvertraut hast, will ich im Bau deiner Gemeinde einsetzen und mein Bestes geben, damit dein Bild der Gemeindewirklichkeit wird. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich möchte jetzt dann beten. Ich werde mein Gebet dann abschliessen mit diesem Gebet. Und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne hörbar oder leise für euch mitbeten, wenn ihr das heute Morgen wie bekräftigen möchtet. Ich bete. Herr Jesus, du hast uns unglaublich lieb. Und du liebst auch deine Gemeinde so sehr. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast für uns, für mich. Jesus, danke, dass du mit uns bauen willst. Das ist ein riesiges Vorrecht. Aber wir sehen hier auch eine Baustelle vor uns, die noch nicht fertig ist. Und vielleicht haben wir uns immer wie mehr zu stören begonnen an dem, was noch nicht perfekt ist. Was wir anders möchten. Wir stören uns am Staub, am Lärm der Baustelle. Und Jesus, ich möchte an dieser Stelle auch öffentlich bekennen, dass mir das in letzter Zeit auch passiert ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich die Gemeinde nicht mehr als das angeschaut habe, wie du sie anschaust. Als wunderbaren Tempel, den du unendlich liebst. Und Jesus, heute Morgen möchte ich neu sagen, ich liebe deine Gemeinde. Und ich möchte den Bauvertrag ein weiteres Mal ganz bewusst unterschreiben. Jesus, ich bin dabei und baue mit. Ich bin bereit, deine Gemeinde gemäß deinen Plänen mitzubauen. Ich bin bereit, die Herausforderungen der Baustelle anzugehen und nicht davon zu laufen, wenn es schwierig wird. Ich werde dranbleiben, bis der Bau fertig ist. Die Fähigkeiten und Talente, die du mir anvertraut hast, will ich im Bau deiner Gemeinde einsetzen und mein Bestes geben, damit dein Bild der Gemeinde Wirklichkeit wird. Danke, dass ich dabei sein darf. Und Jesus, mir bruche deine Hilfe beim Bauen. Amen. 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 Amen.